humor also es wird hier im haus auch sehr viel gelacht ich studiere ich wurde bei einem dreier oh man doch das kann gesehen ich habe einen kreis aber mein q war der normale da habt ihr das gesehen oh geil weggehen Nein, nein, das ist so ehrlich. Oh, fuck. Oh, dankeschön. Lu, guten Morgen. Nichts machen, nichts machen. Sie sehen uns noch nicht. Na gut geschlafen. Oh, Gott. Oh, wow. Einer noch! Alter, ist das nötig, ey. Was war das denn, bitte? Ist das nötig? Oh, ich... Ich wollte... Wir wollten ihn aber wachsen, ey. Ey, wie du schaust... Was sind die denn, Alter? Okay, ja. Ich werde jetzt abbeißen. Ah, I wanna eat it. I wanna try it. Oh, 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 oh. Links! Ey, ich... Das sieht nicht ganz richtig aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, ja. So. Ladies, ich muss holen, das wird ne lange Nacht für uns, ne? Ich mach mal Autoradio an. Mach mal an. Ey, ich versteh's grad nicht. Oh, jetzt quält er uns richtig. Okay, es reicht mir, ich hol die Rocker. Warum das denn? Weil ich jetzt einfach Hilfe brauch. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scherz. Das kriegen wir hin. Aber... Nee. 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 Also, ich will die nicht. Okay. Roxy, was sollen wir machen? Das sind zwei Fettkerle. Ich hau auf deren Wampe und dann schleudert meine Faust zurück gegen mein Gesicht. Ja, die kommen ja auch nicht weg. Einfach Geduld zeigen. Nein, Roxy! Ich bleib hier sitzen. Wo ist... Nee, sie hat Kopfschmerzen. Keine Ahnung, ja. Roxy! Ich bleib hier sitzen. Du bleibst die ganze Zeit hier sitzen? Ich bleib die ganze Zeit hier sitzen. Oh, ich hab dich schon was. So tief kommt meine float leider nicht. Haben Zweiter hab ich Wo kommt die her und warum hat die eine Waffe Oh shit Will noch jemand aufs Maul? Ich bin grad in Fahrt Airdrop genommen Oh easy alter medkit Wartung Oh ho 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 Oh joke Haha Vielen Dank. Warte, wir machen das wieder akkurat. Ja, eine Daumen. Warte, wir machen das wieder akkurat. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Dankeschön für eure ganzen Hosts, für eure Follows. Und ja, Falco, wir spielen gerne mal wieder. Wir spielen gerne mal wieder. Ich fahre gerade ein bisschen. Morgen weiter, Battlefest. Mal gucken. Also ich habe ja morgen Frühfeierabend. Da können wir dann wirklich Battlefest 5 spielen. Na ja, okay. Alles klar. Ähm, wir gucken mal, wer gerade noch so am Stizzle ist. Müssen wir mal eben gucken. Einen Moment. Wir haben es gleich. Ich finde raus, wie wir jetzt hosten können. Kleinen Moment. Ich habe jetzt so viele Fenster. Kleinen Momentchen. Mal gerade pusten. Ich glaube, ich habe noch einen Interesse. Locker. Und ich glaube, dass es auch gar nicht mehr so super wenig ist. Eigentlich würde es... Hier hoch, hier hoch. Siehst du? Ja, das wird's gerade eben nicht. Oh, komm. Oh, das macht der schön. Ach, mein Weißschuss. Ich bin doch nicht last. Ich bin doch nicht last, Alter. Einfach in Dorf ist schwierig, ja, ja. Ach, mein Gott, ihr könnt selber komposten. Jetzt könnte ein bisschen tricky werden. Junge, was war das denn? Okay, hört ihr mich? Ja. John, du auch? Aha. Dann wieder auf drei. Eins, zwei, drei. Jawohl. Super. Geil synchron, Alter. Richtig synchron, Freunde. Ich habe mich sicher gesagt, ich bin auch noch. Da findet ihr mich ganz schön danach stehen. Oh, Renat passt super. Ihr seid perfekt und los. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann sagen, yo, wer wird sich von ihr anpissen lassen? Ich könnte sagen, plus zwei in den Chat, wer sich von ihr anpissen lassen würde. Und es würden safe Leute sagen, ja, okay, würde ich auch noch machen, weil die ist relativ geil. Okay, kann man mal machen. Da, da ist mich der erste, plus zwei. Ich würde sagen, ja, würde ich machen. Bruder, ist ein bisschen eklig, aber ich würde machen. Ach, Chat, Jungs. Okay, alles klar. Was kostet so ein, fünf Euro, zehn Euro? Zehn, ja, zehn, ja. Okay, was haben wir noch? Fitbit oder so? Hi-ja!